So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und eigentlich wollte ich gerade einkaufen gehen, ich habe sie gerade im Stream schon angekündigt, als ich das 100er Heatran gefangen habe, richtig brutale Sache, jetzt habe ich schon wieder was entdeckt, ne, Pokemon Go Abo-Service für Shop geleakt, Spieler haben schlechtes Gefühl, warum, wieso das denn, was war da denn los, äh, mein MMO hat dazu auf jeden Fall hier einen Artikel gepostet, wenn ich das erstmal höre, Spieler haben schlechtes Gefühl, denke ich mir, muss man doch kein schlechtes Gefühl haben, die einen, die sagen halt, sie wollen nicht jeden Monat das und das und das extra kaufen und schließen ein Abo ab, wo man vielleicht sogar was spart und dann trotzdem das bekommt, was man sich sowieso immer kauft, nur etwas günstiger vielleicht, und diejenigen, die sowieso keinen Bock haben, Geld ins Spiel zu investieren, müssen das doch nicht, also, woher das schlechte Gefühl? Aber ich habe ja den Artikel natürlich schon mal durchgelesen und habe jetzt begriffen, wie dreist ne Yendik sein kann, nein, wir wissen ja noch nichts darüber, wir gucken mal, und dann seid ihr natürlich gefragt, was ihr davon haltet, was ihr denkt. Ein Abo für den Shop in Pokémon Go ist wohl auf dem Weg. Data Miner zeigen jetzt, was es damit auf sich hat. Spieler haben nach den Funden ein schlechtes Gefühl. Habt ja auch immer ein schlechtes Gefühl, also ich schon immer, wenn ich früh aufstehe, habe ich schon ein schlechtes Gefühl, weil ich weiß, ein weiterer Tag beginnt. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Was wurde gefunden beim Data Binding des, der Pokébiners, wurden Hinweise auf ein Abonnement gefunden, das im Zusammenhang mit dem Shop von Pokémon Go stehen soll. Pokémon Gay, genau. Man geht davon aus, dass das Spiel in der nahen Zukunft so ein Modell für seinen Ingame Shop erhält. Man kann es ja ruhig bekommen, ne. Wenn ich jetzt, ach egal, wenn ich sage, ich habe jetzt, okay, ich kaufe mir eh jeden Monat eine Hyperbox mit 16 Pässen, manchmal sind auch nur 14 drin, manchmal auch 20, manchmal 18. Wenn man jetzt sowas abonnieren kann, dass man im Monat 5 Euro bezahlt und dafür kriegt man sowieso jeden Monat dann 50 Raid Pässe und Glückseier und Sternenstücke drauf, da würde ich sagen, joa, bevor ich immer einzeln kaufe, da kaufe ich lieber einen ganzen Batzen und dann bin ich immer versorgt mit irgendwelchen Sachen. Hätte ja niemand einen Nachteil dadurch, man kann das ja nutzen, die Leute, die sowieso reincashen, sparen ja dadurch vielleicht. Aber auf Reddit schreibt Marti Kokrane von den Pokéminers, wir sahen schon vor langer Zeit Hinweise, nun im Bereich des Shops wurde hinzugefügt, alles unklar. In den Kommentaren auf Reddit sind die Trainer skeptisch, zwar gäbe es auch weniger problematische Methoden, so einen Shop einzubauen, doch auch viele schlechte Wege dafür. Erste Anzeichen für so einen Abo-Service fanden die Dataminer der Pokéminers bereits vor Monaten. Auf Reddit veröffentlichten sie im Juni die Info, dass das Datamining von Update 177 Hinweise auf einen Abo-Service bot. Ich habe ein wirklich schlechtes Gefühl bei dem Abo. Ja warum denn aber? Das sagen Trainer, der Reddit-Thread wird fleißig diskutiert, zwar boh, dass Datamining auch neue aufregende Funde zu den Mega-Entwicklungen, doch das Abo gibt vielen Trainern zu denken, was könnte man für einen regelmäßig abgebuchten Preis im Spiel erhalten. Monatlich ein Mewtwo. Shiny 100% auf jeden Fall. So schreibt Sir Awesome, Megas klingen wirklich gut, aber ich habe ein wirklich schlechtes Gefühl bei dem Abonnement. Darauf antwortet ein anderer Trainer, stell dir vor, dass sie all das gute Zeug, das sie während der Pandemie hinzufügten, in ein Pokémon Go Premium Abo verschieben. Ei, 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 ei. Ja und weiter. Theoretisch hätten sie ja während der Pandemie auch gar nichts dem Spiel hinzufügen können. Sie hätten das Spiel ja so belassen können, wie es war. Sie haben es während der Pandemie eingeführt. Wenn die Pandemie um ist, vielleicht wird das auch nie wieder passieren, wenn die Pandemie um ist, dann wäre das theoretisch ja wieder weg, könnte man denken, dass das Spiel zur Normalität zurückkehrt. Und dann kann ja keiner sagen, ja das ist ja unfair, wir müssen wieder normal spielen. Das Spiel war immer normal und ihr habt immer normal gespielt. Das mit der Pandemie hat viele verwöhnt. Wenn man jetzt sowas in ein Abo reinquetscht, dann kann man ja nicht sagen, die haben euch was weggenommen und kostenpflichtig gemacht, weil die haben euch ja was weggenommen, was es eigentlich nie gab und was sie euch kostenlos nur so zum Spielen angeboten haben. Es ist ja nicht, dass sie einen festen Bestandteil des Spiels rausnehmen und man den nur noch gegen Geld bekommt. Und es ist ein Zusatz, der wieder weggenommen würde und der dann vielleicht trotzdem auch ohne Pandemie erhältlich sein kann. Und wer da Bock drauf hat, kann das ja machen. Und was sind denn das für fette, große Nachteile? Außer, dass ihr halt eure Reichweite etwas erweitert ist, ihr die doppelte Brutgeschwindigkeit habt, beziehungsweise halbierte Distanz beim Eierbrüten. Aber davon hat ja jetzt keiner einen richtig krassen Vorteil in dem Sinne. Leute, die viel brüten, brüten sowieso viel und geben sowieso permanent Geld für Eier aus. Wenn die Leute jetzt kein Geld ausgeben, keine Brutmaschinen kaufen, dann kann das denen doch egal sein, ob das so und so ist. Die legen nicht so viel Wert auf Eier. Ich verstehe den Trubel also noch nicht. Aber wir haben auch andere Vermutungen. Das könnte mit Forschungen zusammenhängen, die sich monatlich wiederholen. Beispielsweise 1-Euro-Forschungen zu Sea Days. Und wenn ich jeden Monat sage, ich gebe jetzt 1 Euro aus für diese Forschung, manchmal vergesse ich die zu kaufen. Zum Glück gibt es das Abo, wo ich dann 5 Euro im Monat bezahle, dass ich die 1-Euro-Forschung automatisch immer im Spiel habe. Da machen die einen Gewinn von ganzen 4 Euro zusätzlich. Es könnte so laufen, dass Spieler monatlich zusätzliche Items und eine besondere Medaille erhalten. Was gäbe es denn für Items, die richtig krank sind? Bälle, Beleber, Bären. Ist eigentlich alles nutzlos und Quatsch. Knursp ist für viele interessant. Alle anderen Sachen gibt es ja sowieso aber auch aus Boxen. Beziehungsweise Knursp könnt ihr ja auch so kaufen im Shop. Ohne dass ihr jetzt ein Abonnement braucht. Ich sehe immer noch nicht, dass jemand da wirklich was Krasses bekommen könnte. Aber wir wissen ja noch nicht genau, was es dann gibt. Eine besondere Medaille. Ich finde Medaillen immer cool. Aber Medaille, die man sich einfach wirklich nur komplett erkauft. Ja, ich kriege jeden Monat eine Medaille. Nämlich die März-Abo-Medaille, die April-Abo-Medaille, die Mai-Abo-Medaille. Irgendwann ist das Profil voll nur mit Abo-Medaillen. Also, aber es gibt ja wahrscheinlich, wenn dann nur eine. Dieser Spieler hat zu viel Geld. Hier, Millionär-Medaille. Nein, also das würde mich auch interessieren. Aber wenn ihr da einmal ein Abo abschließt, einen Monat oder einen kündigt, dann habt ihr diese Medaille, habt einmal das Zeugs und ihr müsstet nicht euer Leben lang da rein-cashen. Also ich sehe immer noch nicht, wo das jetzt wirklich so negativ ist oder wo ich mich schlecht fühlen muss. Andere Trainer vermuten, dass es In-Game-Werbung geben könnte. Die dann durch das Abo ausgeschaltet wird. Also wenn die jetzt mit In-Game-Werbung anfangen, wäre natürlich extrem nervig. Wenn dann immerzu, wenn man irgendwas machen will, Ach, Raid, schnell der Raid fängt an, los, geh rein. Oh, bei mir kommt erst mal Werbung. Jetzt muss ich erst mal 20 Sekunden Werbung gucken und verpasst den Raid. Das wäre natürlich richtig nervig, aber die haben bisher keine Werbung gemacht. Ich glaube nicht, dass ich jetzt mit In-Game-Werbung anfange. Woanders gibt es das von Anfang an. Warum sollen sie dann jetzt, wo sie es nie hatten, plötzlich einführen und mit einem Abo könnt ihr die Werbung ausschließen? Also das ist bei vielen Spielen so, aber ich glaube nicht, dass das in Pokémon Go kommen wird. Das ist wichtig, Funde, Data-Mining, keine offiziellen Infos, unklar, Abo-Service, wie dieser funktioniert. Aber jetzt wichtig natürlich, würdet ihr für so einen Service bezahlen? Wenn ihr noch nicht mal wisst, um was es geht. Und wenn ja, was sollte dieser dann bieten? Also ich denke mal, es gibt bestimmt viele. Für die ist das einfach das Hobby schlechthin und die cashen sowieso rein und geben ihr komplettes Geld immer für Pokémon aus. Ob die jetzt nun 200 Raids im Monat machen oder wenn eine Brutmaschine leer ist oder Brandon Tan, der da immer 24 Stunden mit Glücksei und Sternstück rumläuft, die würden sicherlich sowas machen. Und wenn die davon sogar sparen, im Gegensatz zu sonst, wenn die sich alles einzeln holen, dann ist das doch eine gute Sache. Und Leute, die nichts investieren bisher, brauchen ja auch weiterhin nichts zu investieren, finde ich. Wenn man wirklich 5 Euro Abo im Monat oder so macht, als Beispiel, was will man dann bekommen? Weiß ich nicht. Ich habe gar keine Ansprüche. Wenn es jetzt heißt, ihr kriegt da jedes Mal Bälle und Beleber, dann würde ich natürlich kein Abo abschließen. Das brauche ich nicht. Wenn ich günstiger an Raid-Pässe komme, das würde mich schon eher interessieren. Denn viel Raiden, gerade Fan-Raid-Pässe, durch die Raid-Manias, also, ne, wenn man seinen Stabel, man kann nur 3 Fan-Raid-Pässe auf der Hand haben. Ich verstehe es immer noch nicht, warum. Du kannst dir 100 normale Grüne holen, du kannst dir 500 normale Grüne holen, kannst kaufen, kannst kaufen, aber Fan-Raid-Pässe darfst du nur 3 haben und musst immerzu wieder nachkaufen. Da könnten sie doch, du kannst, du kriegst jeden Monat 50 Fan-Raid-Pässe auf die Hand für 5 Euro und zusätzlich noch ein Knus und eine Medaille und irgendwas oder keine Ahnung. Also, das einzigste, was für mich interessant wäre, wenn es was gäbe, würde ich rein-cashen, ja, ganz klar. Und was für mich aber als einziges interessant wäre, wären eigentlich Raid-Sachen. Ich glaube nicht, dass sie dann spezielle Spezialforschungen nur für die Leute machen, die das Abo haben und dann dadurch irgendwelche Pokémon bekommen, die die anderen nicht bekommen. Es gab bisher noch nie Pokémon, was man sich erkaufen konnte und der Rest leer ausgegangen ist. Man konnte durch Geld manche Pokémon schon eher bekommen, die dann sowieso für jeden freigeschalten wurden. Also gibt es da ja auch keinen Nachteil für die Leute, die nicht rein-cashen. Also, wie gesagt, würdet ihr ein Abo bei Pokémon Go abschließen, wenn es sowas gäbe? Und was würdet ihr erwarten, was in dem Abo dann dabei ist? Was muss das Abo beinhalten, dass ihr jeden Monat automatische Zahlungen akzeptiert? Das war es schon wieder von meiner Seite aus. Ich muss immer noch einkaufen. Ich muss immer noch das Gewinnspiel machen. Ich muss immer noch die Spotlight-Stunde machen. Jetzt habe ich auch mal nachgeguckt. Heute kommt ja Kleinstein. Die werden wir auf jeden Fall spielen. Richtig cooles Pokémon. Richtig cooles Shiny. Doppelsternstaub gibt es, glaube ich, auch. Das heißt, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramsus.